Hallo zusammen, bevor wir mit den Hüllen weitermachen, möchte ich euch mal die Auflösung sagen. Es haben ja nicht so viele geschätzt seit gestern. Es hat nur einer einmal probiert zum Schätzen, aber der ist leider meilenweit drüber. Aber danke fürs Schätzen, du bist der Einzige, der geschätzt hat. Ja, der Finn619 hat vor drei Stunden Folgendes geschätzt. Die Frage mit den Prozenten ist echt schwierig, aber ich versuch's mal. Ich schätze 237 Prozent. Ich hab's mir aufgeschrieben, wie viele es sind, weil ich hab's bloß im Radio gehört, im Bayern 1. Da kommt immer kurz vor neun in der Früh, da hört man halt Bayern 1 in der Arbeit und da kommt halt immer so um 10 vor, 5 vor 8 kommt da immer so Schätzfrage. Es gab auch schon mal, heute kam zum Beispiel die Schätzfrage, welche Achterbahn ist die größte Achterbahn der Welt? Aber das hab ich nicht so gescheit verstanden. Der jüngste Schätzer war übrigens 12 Jahre alt, soviel ich mitgekriegt hab bei den letzten Schätzfragen. Aber bei der Schätzfrage, wie viel Prozent der Menschen sind mit ihrem Nachnamen zufrieden? Also der Menschen auf der ganzen Welt. Also 237 Prozent sind viel, es ist bei der Schätzfrage rausgekommen, 84 Prozent der Menschen sind mit ihrem Nachnamen zufrieden, die hab's mal notiert. Und ich würde sagen, kommen wir zum Intro und danach fangen wir mit die Leerhüllen an. Ja, dann fangen wir mal mit die Leerhüllen an. Wir haben ja gestern der Teil 1 gemacht. Machen wir jetzt Teil 2. Los geht's mit der Hülle hier. Wie man sehen kann, ist da der Tatort drauf. Das ist ein älterer Tatort mit dem Gustl Bayer haben wir noch. Schüsse in der Schonzeit. Da spielt auch der Martin Semmelrocki mit, ne? Jetzt kann ich bloß die Stimme nicht gescheit nah machen. Da ist drauf Schüsse in der Schonzeit, nicht aus der Schonzeit, oder? Schüsse in der Schonzeit, so heißt's. Dann Deutschland 68, kein Jahr wie jedes andere. Und nochmal Tatort, Binsle Schwerster Fall. Binsle ist übrigens mein Lieblingstatort. Der hat in Stuttgart ermittelt. Und der Bayerhammer, der Gustl Bayerhammer, der hat in München, das war irgendwie ein Vorgänger von Virusglaf Memek, oder wie der heißt. Dann kommen wir zum zweiten, das muss ich verschönern. Da ist Ghost Whisperer oben, der Feuerteufel und tödliches Gewissen und ein Film steht drauf. Keine Ahnung was für ein Film. Dann kommen wir zum nächsten, ich muss da aufpassen, ich muss nachher wieder richtig einordnen. Das muss ich auch verschönern. Da ist drauf Heinz Rühmann in Max der Taschendieb und ein Erotik-Drama mit Marlon Brando. Der letzte Tango in Paris. Dann die vier Söhne der Katie Elder. Ne? Mehr ist da nicht drauf. Dann haben wir The Lucky One, für immer der Deine und Polizeiruf ohne Peter Borgl. Eigentlich mein Lieblingskommissar. Ohne Peter Borgl, der Mann im Baum. Ich sammle ja Tatort mit dem Binzle und so andere Tatorts sind so Ausnahmefälle. Also Tatort mit dem Binzle hauptsächlich, Polizeiruf mit dem Peter Borgl und mit dem Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler. Äh, ja und die anderen Polizeiruf sind halt so Ausnahmesachen, ne? Wie zum Beispiel mit dem Edgar Selke und der Michaela May habe ich einen Fall. Äh, Silikon-Walli, aber der kommt bestimmt auch noch demnächst. Dann haben wir einen, wo ich wieder verschönern muss. Das sind Ghostsuspera-Folgen. Und Safe Haven. Da ist nur der eine Film drauf. Also Liebesfilme mag ich ja eigentlich nicht so, aber die vom Nikolaus Sparks. Ich hab auch zwei Bücher. Vom Nikolaus Sparks bin kein Leserate, aber die hab ich mir durchgelesen. Und dann wieder eine, wo ich mir verschönern muss. Die muss ich mir auch verschönern. Und da ist die Hit-Parade drauf. Binzle und der Mord im Park. Und nochmal ZDF-Hit-Parade. Und da sind drei Fälle. Ich glaub, nein, zwei mit dem Jackie Schwarz. Und einer mit dem Peter Borglitz. Dann haben wir Asterix. In Amerika. Das Hanse Hinterseer, oben er. Natascha Kampus-Doku ist noch mit drauf. Und Polizei ruft der Unfall. Das hab ich gestern zwar schon gezeigt, aber der dritte, also der Verstoßen ist drauf und Böse Wetter. Der andere da, der Jugendwahn, irgendwie hat's das nicht mehr abgespielt. Aber gut. Auf jeden Fall hab ich das jetzt erneuert. Da kommt schon noch was drauf, aber momentan ist bloß hinten. Der Film ist gestern schon gekommen. Ich mein vorgestern. Das ist ein Horrorfilm. Gate, die Unterirdischen. Der ist gut. Also mir hat er gefallen. Und ich komm nehm ihn heut auf. Um 23.50 Uhr kommt der nochmal. Und dann würd er da raufkommen. Ich hab mich auch für kein DVD entschieden, weil ich weiß ja nicht, wie viel Platz der Film braucht. Den lege ich an den Fernsehen. Dann haben wir, das sind nur Polizeiruf, muss ich ein bisschen verschönern noch. Der Hinterhalt, eine nette Person und Bärischwieg. Da haben wir Dr. Doolittle 3 drauf. Und der Mann mit dem Fagott Teil 1. Ich kann euch ja mal, also, der Matthias Wellensohn wollte mal näher wissen, um was es in dem Mann mit dem Fagott geht. Und da lese ich euch jetzt mal den Ausschnitt aus dem zweiten Teil vor. In der Nazi-Zeit, der kleine Udo, Rudis Sohn, wird bei einer Jungvolk-Wehrübung von seinem fanatischen Vorgesetzten so fest aufs Ohr geschlagen, dass er einen dauerhaften Schaden davonträgt. Doch der mutige Junge lässt sich nicht aufhalten. Er wächst zu einem talentierten Komponisten, Sänger und Pianisten heran. Und im ersten geht's darum, der Komponist und Sänger Udo Jürgens erinnert sich an die Chronik seiner Familie und blückt zurück auf drei Generationen. Es beginnt 1891 auf dem Bremer Weihnachtsmarkt, als Udos Großvater Heinrich Böcklmann ans Auswandern denkt. Ja, und darum geht's. Und die ersten zwei Generationen sind im ersten Teil und das letzte ist dann noch im letzten Teil. Da haben wir Helene Fischer 2018 und Meilensteine Helene Fischer. Mein Mörder kommt zurück, also der Reihenfolge nach, erstens Schiemgauer Volkstheater, Streit über dem Zaun, dann das hier, Mein Mörder kommt zurück und Märchenfilm Jorinde und Joringel. Da haben wir drauf die Weihnachtsgeschichte, Moin Otto Teil 1, Epis Weihnachtsgeschichte und Moin Moin Otto Teil 2. Die Weihnachtsgeschichte, Epis Weihnachtsgeschichte und das ist für beide Otto-Teile. Da haben wir drauf Ghost Whisperer, Schwesternschaft, Polizeirof 110, Bedenkzeit, Lebensläufe, Peter Borgl, Film Tomboy. Na, ist er, der Peter Borgl, ne? Da haben wir drauf Tatort, Binzle und der Feuerteufel, 25 Jahre modern Talking, Die Queen, Helene Fischer Konzert, So wie ich bin. Das ist ein Film über die Queen, ne? Hier vorne habe ich sogar das Buch, mit dir an meiner Seite, Polizeirof 110 Explosion und von mit dir an meiner Seite, da habe ich sogar das Buch davon. Wie gesagt, Nikolaus Sparks, das ist eines meiner Lieblingsfilme. Und warum das so grün ist, weiß ich nicht, das lag am Drucker. Da haben wir drauf Prinzessinnen-Schutzprogramm, Heartbreakers, Achtung, scharfe Kurven. Prinzessinnen-Schutzprogramm und Achtung, scharfe Kurven. Heartbreakers, Achtung, scharfe Kurven, ist mit Jennifer Lofewitt, ihr wisst ja, meine Lieblingsschauspielerin. Und das Prinzessinnen-Schutzprogramm, das ist mit Demi Lovato und der Selena Gomez. Da ist drauf der 16. Wunsch und plötzlich starr. Plötzlich starr ist auch mit der Selena Gomez, ne? Der 16. Wunsch ist mit der Debbie Rhein. Da ist drauf Vorahnung, Planet Wissen, die Beatles, Hochwürden Ärger mit dem Paradies, Erotik-Drama, der Liebhaber. Das ist der Liebhaber, die zwei Bilder. Und das Hochwürden Ärger mit dem Paradies, das ist mit dem Hansi Hinterseher. Hochwürdens Ärger mit dem Paradies, das ist der Film, wo sie den Hansi Hinterseher nicht gefragt haben, ob sie ihn synchronisieren dürfen oder nicht. Da gab es damals Streitigkeiten. Da ist drauf Rangliste, die 10-Skoreisten-Koprimomente, Polizerof 110, Peter Borgl doppelt das Spiel und Driller. Gauen, ich muss dich finden. Da ist drauf, der mit dem Wolf tanzt. Und ich glaube noch ein paar andere Filme. Ja, Elisabeth ist drauf. Und The Little Princess. Da haben wir Polizeiruffolgen drauf. Verführung, Zahltag und harmloser Anfang. Und ich habe es gleich so in der Reihenfolge hingelebt. Da haben wir auch Polizeiruffolgen drauf. Wir haben Jackie Schwarz und Wolfgang Winkler. Risikoblutige Straßen und Mama kommt bald wieder. Da haben wir zwei Einfallen mit dem Jackie Schwarz und zwei mit dem Peter Borgl. Das mit dem Jackie Schwarz bis zur letzten Sekunde und mit dem Peter Borgl mit Liste und Tücke und das Unheil aus der Flasche. Im Unheil aus der Flasche geht es um Alkohol. Dann haben wir wieder Fälle mit dem Jackie Schwarz. Also nur Fälle mit dem Jackie Schwarz. Die falsche Sonja. Der schlanke Tod. Tod eines Phantas. Ja, das waren jetzt weitere DVD-Hüllen. Die nächsten gibt es dann morgen. Wenn es euch gefallen hat, können Sie mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst du die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social-Media-Sagen folgen. Wie ich da heiße, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Und wo ich mir Posten schicken kann, steht in der Videobeschreibung. Und mein Zweitkanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt mir eure Meinung zu 84% der Menschen sind mit ihrem Nachnamen zufrieden in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich doch noch ein DVD gefunden. Und zwar sind da zwei Märchen und ein Polizeiruf droben. Die sechs Schwäne, Rotkäppchen und Polizeiruf 110 Vergeltung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Habe die Ehre. Wir sehen uns morgen zu den nächsten DVD-Hüllen.